wir haben soeben auf youtube von dvg4 die ankündigung gesehen dass uns wir wollen und handelt ihre tiere präsentiert was macht imperium es geht auf die suche und findet wir sind jetzt mit drei kragen ich habe leider nur die krepp kraken dabei ich werde dann einfach nur aufpassen meine jungs versuchen sich jetzt kraken zu holen weg zu ziehen ich würde sagen ziehen alle wenn zweck sie geklappt ziehen wir alle erst mal durch hinaus zu unserem teleport dach ganz links hat richtig wenig leben ihr habt einfach mal und dann gucken wir mal was passiert doch mehr passen auf es gibt noch nur türme dosen geht körper noch besser weg schwimmen weg 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 in unsere base rein oder was machen wir jetzt weiß nicht aber möglichst weit weg erst erstmal auf jeden fall tief und weg die verlieren die akko ich weiß nicht wo ihr hießen jetzt die streifen denn noch uns oder mosas mosas die haben die akko verloren alles akko weg ich hab die akko jetzt dann schwimmen weiter in die richtung ja wo bist du ich töte ich bin bei mori ja jetzt kommt die scheidtrag wieder weg guck ob ich den kann sie mit tag einschießen ja die kranke ist besattelt die ihr da habt ja wissen wir hast du einen super spikeless um zu gucken was für setz das vier hat drei millionen leben marx das ist eine tankkrake ja die haben maximal aber es hat gerade eine millione die haben alle auf leben gelevelt die hatten gut im fall gegen mich ist der so hart kräftige ich finde leider mein mosas nicht mehr das sind alles hinkriege die wollen mit uns hinkriegen nicht damit dass wir unsere auch auf der mitschreie haben sie damit schon mal mit dem einen gerade an der borde es macht keinen sinn den weiter hinterher zu schwimmen kämpft ja er schwimmt weg kreppner ja es dauert man sich meine ich komme nicht an ihn dran Willst du das? Ja. Okay. Naja, hier sind keine Spieler. Und der hat sie passiv gepifft. Wie gesagt, einer ist gerade bei mir. Echt ich eigentlich? Oh, oh, oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020